Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 48 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 680 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Die Dachaus Die Dachaus